Die Entscheidung ist gefallen. Die YouTuberin Katja Krasavice hat mit ihrem Song Dicke Lippen sehr viele Klicks auf YouTube sammeln können und ist direkt auf die 1 gechartet. Auch der Rapper Capital hat einen neuen Sound namens 5 Songs in einer Nacht. Er war nicht so zufrieden mit seiner Platzierung und hat nochmals alle seine Fans aufgefordert, seinen Song überall zu hören und zu kaufen. Übrigens findet ihr beide Songs unten in der Beschreibung. Draufklicken und den Sound genießen. Die Fans haben die Bitte von dem Rapper Capital erhört und fleißig den Song überall gestreamt. Nun steht fest, wer Platz 1 erobert. Es ist Capital. Mit 4 Millionen Streamings verdrängt er Katja und sie landet dafür auf Platz 4. Trotzdem Glückwunsch an beide Künstler. Geh ich auf die Knie und lasse mir voller Lust diese kleine Melodie. Wie seht ihr das Ganze? Hat sich Capital Platz 1 verdient oder ist Katjas Song einfach besser? Schreibt eure Meinung in den Kommentaren und abonniert CheckThisToLab.